Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal wieder um Looks in Lightroom. Das letzte Video dazu, der Orange and Teal Look, ist ja sehr, sehr gut bei euch angekommen und ihr habt euch weitere Videos dazu gewünscht. Deswegen gibt es heute den Pink Cyan Look. Und wie der aussieht, das zeige ich dir jetzt. Ganz viel Spaß dabei. Ich habe jetzt hier mal ein Foto geöffnet von der lieben Steffi Giesinger. Mit der war ich vor zwei Jahren zusammen auf Mallorca auf einer Shootingreise. Und wir haben da ein paar coole Bilder erstellt. Eins habe ich jetzt hier mal geöffnet und anhand dieses Bildes möchte ich dir jetzt mal diesen Look zeigen. Ich finde den Look von diesem Bild so, wie er ist, schon sehr, sehr cool. Also diesen Goldbraun Look gepaart mit dem Cyan so ein bisschen. Wenn du dir wünschst, wie ich dir mal zeige, wie man so einen Look herstellt, dann kannst du das auch unten gerne mal in die Kommentare posten. Ansonsten zeige ich dir jetzt anhand dieses Bildes mal, wie man das Ganze umwandelt in einen Pink Cyan Look. Also lass uns einfach direkt anfangen. Ich bin jetzt hier in dem Entwickeln Modul und werde jetzt hier einfach mal wieder gleich ganz nach unten scrollen. Du kennst das vielleicht schon, wenn du den Orange in Teal Look dir angeschaut hast. Es geht hauptsächlich um die Kamerakalibrierung. Da kann man hier die meisten Einstellungen treffen. Und ich gehe als erstes in die Primärwerte Blau und schiebe hier den Farbton wieder komplett nach links, also auf minus 100. Und das Ganze sieht jetzt zwar ein bisschen übertrieben aus, aber irgendwie auch schon ganz cool. Als nächstes gehe ich in die Rotwerte und schiebe die auch komplett nach links. Und jetzt siehst du schon, kommt dieser Pinkwert hier raus. Allerdings ist der natürlich viel zu krass. Und deswegen werde ich jetzt hier die Sättigung von den Rotwerten mal komplett auf minus 100 setzen. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen besser aus, aber so ein paar Feinjustierungen will ich auf jeden Fall noch machen. Und das kann ich in der HSL-Tabelle machen. Und in der HSL-Tabelle kann man ja zum einen den Farbton, also Hue, die Sättigung, Saturation und Luminance, also die Helligkeit des Bildes, verändern. In den verschiedenen Farbkanälen. Und ich werde jetzt hier als erstes mal anfangen, dass ich die Sättigung von dem Rot noch ein bisschen weiter rausnehme, denn irgendwie ist das mir noch ein bisschen zu viel. Jetzt sieht sie halt auch ein bisschen krank aus, weil sie ein bisschen zu hell ist. Deswegen werde ich jetzt hier auch die Luminanz von dem Rot ein bisschen runternehmen, also beides so auf ungefähr minus 40 setzen. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und den Farbton von dem Rotwert werde ich auch noch ein bisschen ändern und zwar Richtung Orange, weil ich denke, das sieht dann doch ein bisschen cooler aus. Jetzt sieht das Ganze so ein bisschen entsättigt aus, was mir sehr gut gefällt. Und jetzt können wir noch ein bisschen an den Aquamarinenwerten arbeiten, um hier das Wasser so ein bisschen zu verändern, den Bikini so ein bisschen von der Farbe zu verändern. Und ich denke mal, wenn wir das Ganze hier so ein bisschen weiter Richtung Blau noch schieben, dann kommen wir so ein bisschen mehr in den Cyan-Bereich rein. Ja, hier auch so ungefähr plus 40. Ja, und so sieht das doch schon ganz cool aus. Wenn ich jetzt hier nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, so sah das Bild am Anfang aus. Und jetzt haben wir dem ganzen Bild einen komplett anderen Look gegeben, der Pink Cyan-Look. Du kannst natürlich jetzt so das Pink auch ein bisschen wieder mehr mit reinholen. Das kommt immer auch so ein bisschen auf das Bild drauf an. Ich kann dir jetzt hier keine Vorgaben geben, wie das immer aussehen muss von den Einstellungen her, sondern das ist natürlich von Bild zu Bild unterschiedlich. Das ist jetzt hier also nur eine kleine Inspiration-Vorgabe, wie man da vorgehen kann. Und je nach Bild kannst du natürlich jetzt hier auch sagen, du willst den Farbton von den Rotkanälen oder die Sättigung ein bisschen wieder mit reinnehmen. Also ich kann jetzt hier auch auf minus 20 zum Beispiel stellen. Ja, es sieht vielleicht sogar gar nicht so schlecht aus, wenn wir jetzt die Sättigung hier wieder so ein bisschen mit dazugeben. Und von daher spiel einfach so ein bisschen mit deinen Werten herum. Das ist wie gesagt keine hundertprozentige Vorgabe, sondern einfach nur eine Idee, wie du es machen kannst. Ich hoffe natürlich, dass dir der Look gefallen hat. Und wenn du weitere Lightroom-Looks sehen möchtest in den kommenden Videos, dann schreibe es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Schreib auch mal dazu, welchen Look du gerne sehen würdest. Du kannst mir auch Links zu Bildern posten, wo du dir nicht sicher bist, wie diese Looks funktionieren. Dann werde ich das alles für dich mal in einem Video zusammenfassen. Also, ich hoffe, du hattest eine ganze Menge Spaß, konntest ein bisschen was lernen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß natürlich auch beim Fotografieren, beim Bildbearbeiten und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.